Jo Leute, was geht's? Euer Talb-Gamier. Willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal. Alles klar. Ich will eine Runde Get Down. Ja, ich weiß, mein Tastatur ist etwas laut. Äh, die Black Widow. Jo, die ist auch bekannt dafür. Die amerikanische. Alles klar. Und... Äh, ich mache jetzt täglich Videos, mehr oder weniger. Also, ich versuche es zumindest. Und ich bringe nicht nur Minecraft, sondern auch COD und andere Sachen. Und CSGO und weiter. Und ich mache auch dann nicht nur PC, sondern auch PS4 und so weiter. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. Und ich mache so eine Abstimmung. Einfach beiden. Werdet ihr sehen. Wo ihr abstimmen könnt, wann ich ein Video hochland soll ungefähr. und welchen Zeit und welche. So, ihr könnt scheinliche Spiele. Und ja. Das spielen wir in der ersten Runde Get Down. Und dieser, also, dieser Ah, alles klar. Der Borcher. Leute, ich bin nur im PvP-Gut. Und Battle Gaming hat auch einen YouTube-Kanal, den werde ich verlinkt. Können Sie doch mal vorbeischauen. Oh, ja. Christa, wo... Ey, Malo, ist ein fremder Rat, wie viel COD ich hab. Keiner. Sieben, achtet. Respekt, oder? Ja, ja, Respekt auf jeden Fall. Schau mal. Du, ich bin gerade auf die COD noch gesprungen. Und ich habe es für mich noch keinen Erster erlebt. Ich bin einfach keine COD-Blöcke. Aber wenn nicht sogar, bringe ich sogar um sechs Uhr so ein Video hoch. Also, sechs Uhr morgens. Äh, du konntest also das Passwort ändern. Ich wollte es nicht mehr. Ich hätte jetzt deine E-Mail schon gelacht, weil du zu alt bist. Ja, wir haben die E-Mail schon angeklagt. Angeklagt. Alles klar. Hä? Da könnt ihr noch nichts für. Bin ihr um eure E-Mail? Ja, und? Bin ich mich verändern können? Ja, normal bin ich um eure E-Mail einfach durch. Ich bin erst da. Ich bin erst da. Also, und welchen Sprung überleben? Wahrscheinlich nicht. Halten herzlichen Glückwunsch, komm. Ich habe noch keinen Coim-Block in der Runde. Immer diesmal, wenn du mich noch einmal trinkst, weil der trinkt mich immer jedesmal. Der trinkt mich immer, jedesmal ab. Ich habe mich einfach gerade abgedrückt. Ich habe dir halt von den Trink, als würde ich jetzt wieder zu einer Behinderung herstellen. Mit so einem Dings. Mit so einem Dings. Mit so einem Dings. Na, vielleicht nehme ich auch mal einen Prink auf. Und, 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 und welches überleben? Ja, aber nur gewann. Du, ne, wie viele Coins habe ich schon gerade? Ähm... Du wirst. Ich habe 444 Coins. wir haben keine hobbys so wie das ist so relativ ruckelt ich habe auf 120 fp ist eingestellt die das mit dem video ist 30 fp ist also ich würde nicht vorbeikommen weil er hat so einen albi pc alles wenn ihr wollt dass ich ich habe einfach zwei tage gepräkt und er hat es einfach geglaubt ja weil ich auch schon züchtig ich habe mein Gott das ist ein Tüchang war mit acht Stunden der beste Pensioner hier gemacht auf acht Stunden und dann ist der danach der war jetzt hier ich habe doch noch ein bisschen er hat den Interest Marken und er hat den Skripte gegeben er hat den Skripte gegeben er hat den Skripte gegeben für das der Kilo und Kurs Ich der Fisch, alles klar. Der ist deutsch auf jeden Fall. Ich merke schon, der Typ kann überhaupt nicht deutsch. Ich bin sehr schön deutsch. Oh, scheiße. Ich habe Schärfe 2-Bahn. Okay. Ne, ich verbrenne alles. Alles klar, ich habe nichts gehört. Also, weil du mein Geertes bist. Das ist sowas für uns, weil du mein Geertes bist. Das ist so toll. Reicht es jetzt? Ich bin so gecheckt, weil du mein Geertes bist. Also, diese Wörter unterlassen wir bitte. Alles klar, so gar nicht so gut. Er lacht halt über jede Scheiße. In der Tat. In der Tat. Ich glaube, ich bringe mal sogar COD. Und guck mal auf die Kommentare, ob ich mal auf PS4 COD bringen soll oder auf PC. Was will ich sagen? Ich bin auch ein Pilz. Ich auch. Oh, was habe ich gesagt? FPS-Anbrüche. Okay. Ich nehme mal mit drauf und FPS aufkommen. Oh, voll dir. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Du siehst schon, sie ist relativ gut. Du merkst vielleicht schon? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann mich jetzt ernst. Ley, der hat eine andere. Ich habe eine Verbrennung aufgemacht. Er ist jetzt im Wasser. Oh, er wird jetzt abgestaut. Ja, ich habe ihn zuerst überhaupt. Ja, dann heute. Das ist Teaming. Ja, leider nicht. Teaming ist ja eigentlich ganz so groß. Er ist so groß, dass ich da eigentlich auch nicht hab. So, da hinten sind zwei Koldierste eingetimed ausfließt. Ja, das hast du nicht gesehen. Der hat ein gutes Schwert. Ja, genau. Da kommt der hinten jetzt schon wieder abgestürmt. Eigentlich ein gutes Schwert. Der macht mir halt überhaupt kein Damage mit seinem Schwert. Der hat ein halbes Herz oder so. Ja? Wie viele Herzen hat der? Ja, ich weiß nicht. Das ist klar. Und den, den ich jetzt gerade kämpfe? Ja, ich habe fünf. Ach, die sind Teaming. Die haben Team, glaube ich. Ja, ich habe den. Wie viele hat meine? Ich habe ihn. Ich habe ihn. GG. Er ist ohne gewonnen. Okay, okay. So, ja, okay. Mit meinen Ping. Ich habe einen 14er Ping. Ein richtiger Ping-Player hier am Stand. Ja. Ähm, wir werden übrigens noch dieses Drecks gegen ein bisschen süßes machen. Ja, die werden es ja total scheiße, aber... Ja. Wir werden welche machen. Wir werden welche machen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und das war's auch schon. Ja. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Guckt bei Battle Gaming nicht vorbei. Er macht total Drecks-Videos. Ja. Und... Ciao.